Hallo ihr Lieben, das ist ein Bericht aus Leoben. Heute ist Samstag, der 9. Januar 2021. Wir haben gerade einen fantastischen Spaziergang am Laufen. Ich denke, dass über 1000 Menschen da sind. Das Wetter ist fantastisch, die Menschen sind gut drauf, ganz, ganz viele Familien mit Kindern, Hunde, alles ist da. Die Menschen gehen für Friede, Freiheit und ein freies Österreich auf die Straße. Die Exekutive hier in Leoben muss ich absolut loben. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Die sind fantastisch, die machen wirklich genau den Job, für den sie eigentlich da sein sollen. Nämlich sie sind für uns da, für uns Menschen. Sie beschützen uns, sie begleiten uns wirklich traumhaft. Sie zwingen uns keine Masken auf. Wir haben einen wunderschönen Spaziergang erlebt vom Hauptplatz, ein bisschen durch die Stadt. Und wie der Redür hinter uns war eine schöne Brücke über den Fluss. Und da möchte ich sagen, bitte ihr da draußen, tut Brücken bauen mit den Menschen, die jetzt noch in der Angst sind oder die auch auf euch losgehen, nur weil ihr Dinge hinterfragt. Wir sind alle eine Menschheitsfamilie. Wir gehören alle zusammen. Wir müssen in der Liebe bleiben, im Verständnis bleiben. Nicht gegenseitig aufeinander losgehen, sondern offenen Herzen sein und die Arme öffnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte geht es zwischen 18. und 25. Jänner zum Volksbegehren. Gebt eure Stimme ab für Impffreiheit. Jeder Mensch soll selbst bestimmen dürfen, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Das können Sie ja direkt am Amt machen oder via Handysignatur oder Bürgerkarte. Und ich hoffe, wir sehen uns alle, alle, alle Menschen da draußen am 16. Jänner in Wien um 14 Uhr am Heldenplatz. Fahrt früh genug los. Es werden zig hunderttausende Menschen, höchstwahrscheinlich aus ganz Österreich, anreisen. Es wird mordsmäßig einen Stau geben im Verkehr. Ja, also kommt rechtzeitig, packt alles ein, was ihr habt. Nehmt Plastikkübel mit und Kochlöffel, damit wir ein bisschen Lärm machen können, damit wir dieses Fest der Freiheit, den Tag der Freiheit gemeinsam feiern können. Wir wollen in Frieden, in Freiheit leben in diesem Österreich, in Selbstbestimmung. Und in diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße aus Leoben. Es war ein fantastischer Spaziergang mit so vielen fröhlichen, friedlichen Menschen. Lasst euch nicht beeindrucken da draußen, was die Presse für Lügen schreibt. Und habt keine Angst. Habt euch lieb. Alles Liebe. Tschüss. Danke dir.